So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beemon, ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen Runde Alkoholter Arena Wingman, mit dem zu dir. Hallo. So, das ist wirklich jetzt die allerletzte Runde, insofern ihr das seht. Und dann war es wahrscheinlich ganz okay gewesen, die Runde. Und dann habe ich mich auch entschieden, sie hochzuladen. So, los geht's. Da vorne ist ein Bybedog. Oh, da kommt eine Spielerunde. Den Bybedog würde ich ganz schnell mitnehmen wollen. Ah, da kommt auch eine Spielerunde. Oh, schneller, 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 da vorne ist er. Oh, bin ich langsam, ey. So, das heißt, nächste Runde, übelst viele Änderungen. Hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt. Ich hoffe, die... Bleibt, lässt mich in Ruhe. So, und schnell weg erst mal. Äh... Theoretisch kann ich schon leveln. Und... Moment, schnimm, schnimm, schnimm. Ein bisschen Stamina, ein bisschen Weight, ein bisschen Fortitude. So, und den Rest jetzt in Leben rein. Ein bisschen Melee Damage vielleicht noch. Bei brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht unbedingt. Ich müsste mal die Melee Waffen noch mehr buffen, dass die irgendwie eine Million Schaden machen oder so. Das wäre lustig. Ui. Ich muss echt drüber nachdenken. Irgendwie sowas, das wäre echt lustig. Nur mal gucken. So, gut. Äh... Ich muss jetzt irgendwie erst mal schnell den Trank nehmen. So. Okay, und jetzt auf Begans. So, sofort auf Begans. So, weil... Nächster Durchlauf dann, ähm... Haben wir dann vielleicht schon den neuen Hot Button, wo André jetzt irgendwie die letzten zwei Monate gearbeitet hat dran. Äh... Wieso werde ich immer so langsam sein? Verstehe ich nicht. So, schnell. Sword Rifle. Und eine Long Neck, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ganz geschickt an den Baum herangezogen und weiter macht der gute Kollege. Ne, halt, das ist keine gute Idee, wobei sie dann kein Element haben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm... So, so... Oh, ich habe eine Sword Rifle mit 720 Prozent. Was geht? Was? So, ansonsten habe ich noch nichts Gutes. Äh... Da hinten ist noch ein Begansatz, aber schon unten. Das ist ein Roller, glaube ich. Der Grün ist auch unten. Okay, erst auf den Grün. Go, go, go. Ja, sieht gut aus. Und eine Pistole mit 700 Prozent. Nicht leicht. So, jetzt auf den Roten. Und ein Tankhelm, der leider kaputt gehen kann, aber ist jetzt erst mal so. Wobei, nee, so lange ziehe ich erst mal den, dann sagen wir, wir kein Element haben. Das ziehe ich mir auch an. Ich habe leider noch keine Chesspiece, das ist sehr schade. Aber ist erst mal okay. Scheiße. Zieh. Hm, ich darf mich nicht nochmal runterziehen, Leute. Das wäre keine gute Idee. Ist der Biegen noch da? Okay, hier kann ich mich mit ranziehen. Nee, das ist Kartenrand. Der Biegen ist noch... Nee, doch. Nee. Der ist nicht mehr da. Eigentlich war da ein Roter gewesen, der wurde da schon gelootet. Ach, komm schon, Alter. Okay, okay, okay. Ich gehe schnell auf Element, Leute. Ich werde diesmal, glaube ich, aber nicht in die Höhle machen, ey. Ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf. Wobei es halt immer schon ein immenser Vorteil ist, ne, eigentlich. So, nachladen. Läuft es bei dir, seht ihr? Ja, ganz gut. Ich muss ein bisschen Level nachholen, damit ich was looten kann hier. Nup. Das ist ein Bulbdog, den lassen wir aber erst mal. Ist das ein Spieler gewinnen? Ja, da ist einer. Ah, ah, scheiße. Was ist los? Was ist los? Nee, aber der Gegner ist nicht tot. Ich konnte halt nicht mehr weiter zielen, Leute, nach unten, wisst ihr? Deswegen war doof. Ich habe den einmal gehittet für 200 live. Komm, go, 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 go. Zieh mal hier an. Ich habe halt immer noch... ...der Troikant-Element haben. Nee, oder? Was ist denn das? Elemental Lightning Strike. Irgendwie sehen die anders aus als sonst. Aber mit der Pistole am besten. Oh, ich habe einen Rhinosattel. Fast 300. Nice. Ich habe Elemente, die dir. Okay. Äh, ich auch 300 Amor, Sattel Rhinos, Alter. Lol. Und 220 Amor Indominus-Rex-Sattel habe ich auch noch zusätzlich. Okay, ähm... Ja, ich würde sagen, wir tame Rhinos, hä? Oh, ja. Ich habe aber... Ich habe auch was zum tamen. Was geht? Was? Okay, dann go, go, go. Go, 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 go. Schon eine Chess-Piece? Ja, habe ich. Okay, die ziehe ich ganz schnell an, Leute. Das war top. Äh, das erste ist Tag-Boots wieder anziehen. So, das war es. Dann so. Das haben wir auch mal eben an hier. Tacklen. Äh, wo sind die fucking... So, hier. Schnupp. Und glätzt you dann. So. Ich habe leider noch keinen guten Pfeil gefunden, wie es aussieht, aber egal. Ich habe einen. Ja? Okay. Das ist schön für dich. Und? Das ist... Könnte natürlich mal checken, welches Level die gute ist. Einfach damit wir das wissen. 205. Ich glaube, da ist mir ein Rhino lieber. Da formen wir es nämlich auch noch mit. So. Vielleicht finde ich ja noch einen Pfeil. Das wäre der Hammer. Äh. Auf jeden Fall gute Tag-Boots drin gewesen. Mhm. So. Tag-Boots. Vielleicht kann man auch mal ausrüsten, warum nicht? Ich habe einen Fable-Ponto-Sattel mit 1000 Armor. Könnte man alles add. So als Bonus. Weißt du? Schade, dass aktuell man die nicht in die Quicksort-Leiste ziehen kann. Die Kugeln, wo die Dinos reinkommen. Auch noch mit. Der Drache macht mir ein bisschen Angst, aber... Das ist weit genug weg. Vielleicht ist es ohne. Vielleicht funktioniert. Okay, lasst nach Rhino gucken, Leute. Theoretisch können ja schon welche sein, eigentlich. Ich bin bestimmt jetzt gerade auch an einem vorbeigeflogen. Weil ich mich die ganze Zeit auf Beacons konzentriert habe. So, wir checken mal eben. Sattel, was haben wir noch? Brotz. Wobei Alpha-Spino-Sattel 300 Armor ist auch geil. Könnte man auch noch tamen. Ich habe zwei Alpha-Spino-Sattel, die gut sind über 300... Es gibt einen Diary-Wuss-Sattel. Was wollt ihr denn von mir, Leute? Hier, da ist da einer. Ein bisschen gewundert. Es gibt einen Diary-Wuss-Sattel. So, was haben wir da? Kentro. Rhino. Wo ist das Rhino? Rhino, Rhino, Rhino. Spinne. Wir wollen aber einen Rhino. Hier sind normale Rhinos. Das ist okay. Das heißt, wir sind richtig. Hier ist nirgends so ein Rhino. Habe ich mittlerweile einen guten Pfeil? Nein. Hallo, Judy. Spino, Judy. Das gibt es doch nicht. Sonst läuft man den immer über den Weg. Hier können auch welche sein, eigentlich. Hast du schon einen gefunden? Nein. Das sind nur normale Rhinoes hier, Leute. Ich sehe keinen. Suchst du schon? Nein, noch nicht. Ich brauche noch Element. Ich finde leider kein Tier, das Element hat. Einfach Sumpf machen. Das ist recht. Ah, shit, Mann. Ich bleibe hier ständig hängen, Alter. Also, wenn ich, sobald ich switche, wird das sofort langsam. Gleich ist gut, voll komisch. Ich habe hier langsam... Ich entdecke nur normale Rhinos. Nur normale Rhinos sind hier. Was gibt es denn nicht? Normales Rhino. Langsames Gefühl, dass es die nicht mehr gibt. Wie kacke wäre das denn? Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe schon einen HP gekillt gerade, in letzter Runde. Ja, okay, erstmal. Lass mich ja in Ruhe. Da vorne ist eins, aber aua, Drache. Zieh. Okay, ich habe eins entdeckt. Was? Aber ein Drache ist an mir dran. Nicht so nice. Okay, ich mache ins Wasser. Der kommt ja nicht runter, oder? Nein. Scheiß, wie? Unangenehm. So, hier irgendwo war das gewesen. Ich soll noch meinen Helm aktivieren, ey. Das ist ein normales Rhino? Hier war das irgendwo. Ich habe es. Level 297. Okay. Hat nur 400.000 Leben. Das ist nicht so geil, aber egal. Uns interessiert der Schaden. Ich weiß nicht, ich locke es am besten ins Wasser. Habe ich schon irgendwie Miet, irgendwas Gutes? Oh shit, ich habe nichts zum Tame. Ah ne, wir brauchen Beeren. Dann darf ich den auch nicht ins Wasser locken, eigentlich. Wieso? Kannst du auch Wasser drauf machen. Der ertrinkt doch dann. Witz? Oh, vielleicht ja. Wie kann das kein Hip gewesen sein? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Alu getroffen, ey. Ne, habe ich nicht. Was? Wo bist du, mein Lieber? Na, 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 na. Geht sie mich mal an? Okay. Oh, ich habe noch einen Pfeil gefunden. Ja? Ja. Ja, ich habe jetzt schon angefangen, aber theoretisch hätte ich nichts gegen den Pfeil. Mach erst mal weiter. Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich dich direkt finde. Direkt über mir ist ein Scheißdrache, ey. Ich finde, ich komme da nicht runter. Wo bist du denn? Bei dem großen Wasserfall irgendwo, oder? Ja. Ziemlich genau davor. Bei Bradford? Ne. Ne, ne, äh. Andere Seite. Ja. Okay, er ist betäubt. Jetzt brauche ich Bären. Das hasse ich ja wie die Peste, ey. Mit dem Helm dann. Okay, hier noch Bären. Das sind alles keine Bären. Hier, da sind wir welche. Ich denke, das reicht wahrscheinlich auch, aber die nehmen wir auch noch mit. So, das reicht jetzt definitiv. Okay. Liegt halt echt wie auf dem Serviertablett, ey. So. Okay, dann futter dich mal satt, mein Guder. Ich brauche dir mal noch einen Transponder ran. Shit. Okay. So, ich hole mal eben Kristalle und so, Leute. Ich habe auch einen hingelegt. War das ein Kackhaufen, oder was? Einen. Einen Reden. Cool. Da ist ein Spieler. Weiter, bitte. Ich will nur Kristalle, mehr will ich nicht, Leute. Bin ich eigentlich der Einzige, der dem Helm auf den Sack geht? Ah, dieses Geplinke und so. Ich bin das immer irgendwie nervig. Ein bisschen. Hier sind die Indominus Rex direkt bei mir. Den könnte ich eigentlich betäuben. Ich habe den Indominus Rex Sattel. Shit. Habe ich eine Empfindung in Potion eigentlich? Einen habe ich, okay. Fuck! Was ist los? Ah, ich bin dumm. Bist du tot? Ja. Scheiße. Spieler getötet, oder was? Nee, du... Mob. Echt? Okay. Kann passieren, sieh dir. Komm, weiter. Loot dich schnell und so. Oh, das war so blöd. Shit. Den Indominus Rex tame ich doch nicht, weil... Den kann man vergessen, um mir da zu tame, Leute. Das ist... Der braucht mal so einen Pfeil. Der wurde auch gelootet. Ah, Mann. Gleich fertig. Ich könnte währenddessen eigentlich mal, würde Sinn machen... Äh... Crossbow herstellen, weil... Meine Bike kaputt ist. Okay, hier muss ich mir viel. Crossbow. Ah, Foundation brauchen wir auch noch. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich Zeug habe zum Craften. Nee, habe ich nicht. That's what brauche ich. So. Okay. Foundation. Ich habe keinen Hight. Loy. Okay, wir machen es später. Weil der Rhino müsste jetzt fertig sein, eigentlich. Ja. Okay, jetzt alle drauf. Und schnell evolven. Schade, dass wir vom Rhino den Schaden nicht erhöht haben. Äh... Okay. So. Nee, drauf. Von der Potion. So. Brav. Okay, Sattel habe ich einstecken, Leute. Alles gut. Ja, aber draufstehen ist dumm. Hier ist sicher... Aber hier ist Hight. Entwickel dich. Mann. Ich überlege jetzt gerade, soll ich jetzt wieder, ähm... Re-Tech-Rüstung-Farm? Könnte Sinn machen, ne? Mach ich. Mach ich. Mach ich. Okay. Dann mal ab geht's, Leute. Wir haben nur 24 Minuten. Also das ist richtig gut in der Zeit. Richtig gut. Weiß nicht, ob ich so schnell schon mal so einen guten Dino getamed habe. Und einen Sattel dafür hatte. So, ich mache jetzt Redwood, Leute. Ja, Tech-Zeug-Farm. Rüstung und so. Und Tränke. Auch für den CD jetzt gleich mit. Du kannst dich ja noch looten, ne? Hast du dein Zeug schon wieder? Ja, ich hab's wieder. Okay. So, wir können jetzt schon mal eine Smithy herstellen. Und dann machen wir uns dann gleich Crossbows. Aber erstmal versuche ich jetzt Zeug zu fahren. Ich hab halt noch, äh, Spino-Sattel und so ein Zeug. Richtig gute. Ah, ich hab zwei Alpha-Spino-Sattel mit 300 Amor, so die. Oh, der ist getamed. Das ist super. Das ist super. Jetzt ist der Rino getamed, aber der gehört nicht mir. Ja, such den neuen. Schnell. Aber ich mein, so ein Spino, äh, also ich wollte lieber versuchen, genau, ein Fable-Pondo. Wenn du ein Fable-Pondo siehst, sie dir gibt's sofort Bescheid. Den versuchen wir zu tamen dann. Wie gesagt, die machen. Kann ich auch nochmal sagen, wir haben jetzt eben vor dieser Session, haben wir noch im Stream jetzt schnell ein bisschen die Einstellung ungemodelt. Und, äh, einige Dinos machen jetzt immer deutlich mehr Schaden. Wie zum Beispiel Fable-Pondo. Macht jetzt fünfmal mehr Schaden als davor. Dann wie ich halt echt einmal rumfliege, ne? Aber egal, scheiß drauf. Äh, könnte halt jetzt ein geiler Bonus sein, dass man den einfach mitten im Kampf zündet und dann macht man Attack-My-Target und können das einfach sehr gut reinknallen. Boah, ist das weit, ey. Das ist echt von der einen Seite zum anderen, ne? Oh, egal. Hattest du auch einen Infernal-Post? Ja, ja. Ich hab den schon weiterentwickelt. Ich hab den schon weiterentwickelt. Da ist ein Bip-Doc. So. Rino-Sattel. Rauf damit. Okay, na gut. Der macht jetzt schon 1,5 Millionen Schaden. So müssen wir jetzt an den Bip-Doc. Die machen jetzt auch die Steine kaputt. Das ist neu. Die haben alle Infernal-Dinos machen anscheinend die Steine kaputt. Die machen jetzt auch die Steine kaputt. Die machen jetzt auch die Steine kaputt. Oh, was wird das? Der war jetzt ein Bip-Doc-Doc. Das ist ein Bip-Doc. Vielen Dank.